Servus Leute, willkommen zu Bowser's Fury und wir waren stehen geblieben hier im ersten Abschnitt der zweiten Welt, wo wir die letzte Katzensigni holen wollen. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Und mir geht es um die Frage, wenn ihr euch gefällt, dann lasst uns den Daumen da oben, da bleibt mich sehr freuen, den Kanal sehr helfen, ansonsten viel Spaß zur heutigen Folge. So, und Bowser ist auch schon wieder am aufwachen. Der ist doch am Ende der letzten Folge erst aufgewacht. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Warum wird der Typ so schnell wach? Der ist doch Betrug. Das ist doch einfach nur lächerlich. Sind die aber schon so nah am Wachen der nächsten Giga-Glocke, dass der uns jetzt schon wieder auf den Keks gehen muss? Oh, please, no. Der ist doch 100% richtig scheiße, den Schlüssel da hoch zu schaffen. Der ist doch 100% da ganz unten irgendwo. Bei meinem Glück. Ja, das hätte ich nicht geahnt. Toll. Das wird jetzt eine lange Partie, vor allem mit der es auf den Keks geht nebendran. Das macht aber auch der Weg hier Sinn. Bowser, halte dich zurück. Ich habe hier eine Aufgabe zu erfüllen. Und du willst doch wieder angestrahlt werden mit lustigem Leuchtturmlicht. Oder einfach nicht. Nein. Nein. Das ist viel zu früh. Oh Mann. Wir sind nicht mal zwei Minuten in der Folge. Das heißt, du hast nicht mal zwei Minuten gebraucht, bis du wieder aufgetaucht bist. Seit dem letzten Mal, Bowser. Denn ich nehme das hier am Stück auf. Ich muss ja vorproduzieren. Das ist immer eine Vorproduktion übrigens. Jetzt Folge 4. Mario! Spring doch, wenn ich springen drücke. Deswegen kann ich nicht viel machen. Das ist das Schöne. Hier drin sind wir relativ safe. Aber wir dürfen nicht da drin bleiben. Wo ist er überhaupt? Da ist er nicht. Dann ist er wahrscheinlich da, oder? Ja. Ich bleibe mal hier. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen, hier zu bleiben. Für den Moment. Und jetzt geht's weiter. So, diesmal bekomme ich immer kein Leuchtturmlicht ab, Mario. Abwarten. Würde immer sagen, abwarten, Bowser. Joa, hier oben trifft es mich sowieso nicht. Und apropos Leuchtturmlicht. Guck mal. Ah, hier ist auch eine Aufgabe. Ah. Da sind Bowser-Blöcke. Ganz am Ende. Scheiße, hab ich das vorher gewusst. Es gibt das wirklich in jedem Abschnitt Bowser-Blöcke. Ah. Ha, selbst verarscht. Hast du jetzt davon. Tschüss. Bis gleich wieder da. In zwei Minuten. Also, wenn wir bei fünf Minuten sind, ist Bowser wieder da. Oh, ist das... Ja, laufe ich langsam zurück. In der Zeit kann er wieder auftauchen. Da oben ist ja auch eine. Und wie zum Pumps soll ich da raufkommen? Fliegen kann ich nicht. Und da ist auch was. Da müssen wir auch hin. Also direkt zu Bowser. Oh, okay. Aber wie kommt ja die Insel rauf. Hm. Interessant. Nein. Autsch. Oh, nehm ich auch. Aber ich hätte ganz gerne noch einen Pilz dazu. Danke. Wui. Diep. 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 Ich mag die Musik. Da sind... Oh. Ah. Hm. Aber wie komme ich da rauf? Wie komme ich da rauf? Hm. Welches Item habe ich hier schon geholt? Nee, ne? Das sind ja auch nochmal Bowser-Blöcke. Dieser Leuchtturm möchte Lichter etwas werfen. Kennst du schon den Schnappschuss-Modus? Ja, ist mir aber egal. Ich wollte es doch nur erwähnt haben. Ja, hast du jetzt gemacht. Äh. Ach da. So komme ich da rauf, oder? Mit der Wolke. Mann, sind hier viele Bowser-Blöcke. Bowser-Blöcke. Ich mag keine Käfer. Ich mag keine Käfer. Und. Bum. Bum. Ich komme wohl doch nicht so nah rauf. Okay. Ja, sein können. Aber gut. Dann lass uns doch mal da hinfahren, wo das andere Ding wir auch so gesehen haben, mit der Distanz. Aus dem Weg hier luschen. Er wird gleich wieder wach, das ist sehr gut. Können wir auf den Rückweg mal... Da sind nur Münzen. Okay. Plessy, dann bringen wir uns doch schon mal in Stellung. Hier bei diesen Bowser-Blöckchen. So. Ja, weil wenn er dann da auftauchen will, ist er dann da treffen. Dann muss er das wahrscheinlich kaputt machen, damit ich noch einen Weg nach oben finde. Also jetzt ist ja aber Zeit. Jetzt machst du das extra Bowser, oder? Nein, er wird gleich wieder bunt. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Du musst zwei Sachen kaputt machen. Ich brauche dich einmal hier oder einmal da drüben. Das ist deine Aufgabe für heute. Und dann müssen wir noch einen Leuchtturm zum Leuchten bringen. In dem anderen Abschnitt. Also. Da? Oder da? Äh, keine Ahnung. Na komm. Mach ihn eh. Bowser. Bowser, nein. Aufsächt ihn. Komm schon. Jetzt wach. Uff. Wenn man einmal braucht, ne. Man hat gleich verloren. Den ist kein Verlass an den Kollegen. Ja, das Wort Arbeiten auch nicht erfunden. Hey, das hab ich gehört. Ja, mit der auch mal Zeit. Wo bist denn du jetzt? Ah, da. Sehr schön. Hier, mach mal, bitte. Feuerstrahl. Laserstrahl. Hallo, hierhin. Hallo, dahin. Laserstrahl. Pause. Uah. Aber nicht, wenn ich da bin. Hüuh. Pff. Ah, ich hätte warten. Nein. Ich hätte warten sollen, bis er das andere auch noch kaputt gemacht hat. Ich bin so doof manchmal. Ich bin so hohl. Ich hätte warten sollen, bis er den Quatsch hat. Ich hätte auch den Quatsch da noch kaputt gemacht. Das muss ich... Ja, heute klaut's nicht so bei dir, was? Hä, hä. Verflucht. Wofür da diese Kanone hin, die da oben steht? Wahrscheinlich zurück, ne. Das wäre wahrscheinlich ein leichter Rückblick gewesen. Bin mir fast... Ja, doch. Das ist bestimmt der Rückblick nach ganz hinten. Und du musst ja den ganzen... Oh, da ballert nicht das da. Aber da würde es ja mit der Welt zusammenhängen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Schaffst du das, Mario? Ja, fuck nein. Schafft er nicht. Ah, okay. Ich muss es rausfinden. Plassi, gib Gas. Ich bin schon unterwegs. So, wie der Plassi klingt, wenn der sprechen könnte, glaube ich. Muss ich mir die Goofy. Dankeschön. Was ist das da eigentlich? Da muss ich auch nochmal hin. Okay, ganz schnell nach da unten. Einfach in der Hoffnung. Was ist das? Ups. Vielleicht... Wenn du mich jetzt zurückschießt, dann lache ich, ne. Wenn ich wirklich recht habe. Aber bei meinem Glück wird es so sein. Ja, das war gut. Das ist auch noch was da hinten. Oh, Mann. So viel zu erforschen hier. Ich weiß ja gar nicht, wo der anfangen soll. Wo der aufhören soll. Schon überhaupt. Und das ist so. Ich bleibe hier oben. Jawohl. Gehört das auch noch zur zweiten Welt dazu? Wow. So, jetzt bitte verarscht mich nicht. Und schieß mich einfach nur zurück. Weil er schießt mich oben auf die Plattform. Ja, gut. Dann halt nicht. Shit, bin zu schnell gewesen. Ich habe gerade irgendwann noch einen Boost gehabt. Okay, ich soll schnell sein. Aber dann springe ich viel zu weit. Das ist alles für eine Superglocke. Okay. Na ja, habt ihr das auch mal gesehen? Gut, Plessy. Wir haben noch ein anderes Ziel vor Augen. Dann lasst uns doch das da hinten mal erforschen. Vielleicht haben wir auch Glück und Bowser. Wacht doch mal. Eieiei. Wacht auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zu den Blöcken. Zu den Blöcken. Bowser. Oh, das ist die Katzenmama wieder. Wow. Da ist eine Katze auf dem Torbogen. Weht ihr das? Okay. Läuft wohl doch für mich. Hehehe, Bowser. Na, kaum. Rot, hauchst du auf? Hinter mir? Huchst du hinter mir auf? Ja, ne? Der Sack taucht hinter mir auf. Oh Gott, die Katze ist böse geworden. Was? Nö. Huchst du hier? Ups. Haha. Eine Kanone. Und sie führt mich tatsächlich darauf zur Insel. Sehr gut. Danke, Bowser. Damit wäre dieses Geheimnis auch gelüftet. Und, babam. Insel Panorama. Wir müssen weitermachen, haben wir genug Zeug zusammen, direkt die nächste Mega-Glocke zu aktivieren. Ich schätze, wir müssen ihn drei oder vier Mal bekämpfen, bis es dann zu Ende ist. Müssen wir da hin zurück. Wuii! Fliegen! Und... Der... Der Weg zum Land ist nicht so weit. Okay. Katze. Kleine Katze. Na, beide. Oh, wein doch nicht. Hier ist eine Katze. Drei! Okay, wir haben noch eine gesehen auf dem Torbogen da drüben. Ja, Aufgabe ist schön. Wollte die Katze holen. Nein! Die schmeißt mich dauernd wieder runter. Was soll denn das? Folge ist eigentlich schon vorbei, ich weiß. Aber ich möchte diese Katze noch abgeben. Wo ist die dritte Katze dann? Wo ist die dritte Katze? Hm. Ah. Zu Nummer zwei? Kommt die eigentlich noch öfters vor dann? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber wo ist Katze Nummer drei? Hey. Soll ich eigentlich eher die Katze oder die Hunde, Leute? Ich mag beides. Tatsächlich. Okay, wisst ihr was? Die dritte Katze finden wir am nächsten Mal raus. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein, Leute. Macht's nicht gut, macht's besser. Und bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.